Schöne Neuigkeiten für Justine Dippel Die Stylistin war rund 15 Monate mit dem Sänger Joey Heindle, 29, verheiratet. Die zwei hatten große Pläne, das einstige Paar wollte nach Mallorca auswandern, doch stattdessen gingen sie getrennte Wege. Sowohl die Brünette als auch der einstige Dschungelkönig sind seit einiger Zeit mit anderen Partnern an ihrer Seite glücklich liiert. Punkt. Mit ihrem neuen Freund erwartet Justine ihren ersten Nachwuchs. RTL hatte die werdenden Eltern zu Hause besucht und berichtet, dass die 33-Jährige jetzt ihren ersten Nachwuchs erwartet. Meinen Kinderwunsch hatte ich schon immer, verriet die Friseurin. Doch es habe zunächst nicht funktioniert. Irgendwas hat nicht gepasst, der Richtige ist jetzt da und es hat gepasst, schwärmte Justine. Die Turteltauben befinden sich aktuell im Umzugsstress, ein schönes Zimmer für das Baby ist bereits in Planung. Auch Joey scheint mit seiner liebsten Ramona Elsner den nächsten Schritt wagen zu wollen. Vor zwei Jahren verriet der 29-Jährige gegenüber Promiflash, dass er sich mit der Schweizerin eine gemeinsame Zukunft vorstellen könne. Das Paar möchte demnächst vor den Traualtar treten und auch gemeinsame Kinder wünschen sich die zwei. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.